Also jetzt wird hier das Boot für die Überfahrt in die Innenstadt über diesen Brunnen, weil da gibt es keine andere Möglichkeit über die Straße zu kommen, deshalb wurde hier jetzt kurzerhand ein Boot gekauft. Ein knallrotes Sumi-Boot wohlgewehrt. Ja, das schaut schon gut aus Uli. Ja, und er pumpt immer noch. Gut. Wo schnell geht das Wasser nicht rein. Jetzt geht's ab zur Überfahrt. Das geht schwimmen. Oh, das ist schade. Die schauen auch zum Reisen. Foto! Jo! 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 Jetzt wird vom Brunnen drin. Ja, was ist mit dir, Olli? Ja, du musst auch noch eine Runde fahren. Du bekommst das Boot zusammen, du hättest keinen Flut. Hä? Da ist mehr Wasser im Boot als unser Boot. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, was da Wasser rauskommt. Du siehst nichts mehr. Ja. Was machen die da, wenn wir einen Schraubboden? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist ja Wahnsinn. Und glaube ich, wenn du einen Schraubboden malstisch zwischendigst, dass du vier bist, wenn du einen Schraubboden hast. Huhn? Ja.